So, da oben ist dann jetzt der zweite Cube. Jede Menge Treppen wieder, oh, wo wahrscheinlich wieder On-Mask-Geheimnisse sind. Die Frage, die sich jetzt mich stellt. Wie komme ich jetzt zu dem Cube? So nicht. Das war schon mal verkehrt. Das naheliegendste natürlich hier. So, dann... Ach, es sind immer wieder die gleichen Räume. Oh, das hier ist doch... Wehe, das ist eine Sackgasse. Nein. Wehe, das ist der falsche Weg. Oh, die ist mal andersrum. Einmal gespiegelt. Kann sich ja jetzt nur noch im Jahre dauern. Ja, das sieht gut aus. Sehr gut. Ich hab den zweiten Würfel. Ja, und du hast noch einen irgendeinen anderen magischen Würfel gefunden. Du fühlst dich schon wieder stärker. Aber diesmal in dich selber. Oh, your life level... Ja! Ich hab volles Leben, endlich! Was passiert denn erst mit dem dritten Würfel? Boah, ausrast Modus. Boah, und dieses hohe Maß an Leben hier, das braucht man auch wirklich. Sehr gut. Alles ist fertig. Alles ist fertig. Alles ist fertig. Now for the last magic cube. Jetzt für den letzten magischen Würfel. Was? Was? Du schreist. Es bewegt sich. Ein Erdbeben. Oh nein. Oh nein, was? Was stand da? Ich hab's so schnell weggedrückt. Oh, das Ufo startet. Ja. Wir sparen uns eine animierte Szene, indem wir einfach den Hintergrund kleiner werden lassen. Das Floppy-Geräusch vom C16. Ah, wir speichern deine Daten, denn jetzt bist du nicht mehr auf der Erde. Der finale Kampf. Das Alien-Raumschiff ist von der Erde gestartet. Hooray, up and find her. Jetzt los und find den letzten magischen Würfel. Hat ein bisschen was von Matrix gerade. Oh nein. Was? An illusionary image appears before dir. Eine Illusion, also ein Hologramm erscheint auf einmal vor dir. Du hörst eine böse Stimme. Ha, 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 ha. Ich bin der Imperator so da. Oder der Haupt-Invader. Ja, ja, in Vader, Privader, ja. Äh, komm schon und finde und bekämpfe mich. Du wirst, äh, you'll be defeated like the Argonian. Du wirst genauso wie die Argonians zerstört. We will destroy you. Ha, 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 ha. Come on, Mai, come on. Wir zerstören dich. Ha, ha, ha. Komm schon, Mai. Komm schon. Ha, ha, ha. Hm, und du hörst, äh, your heat is, ach ja, your jam bananas in your ears. Dein Kopf dröhnt und du steckst dir Bananen in die Ohren. Du schreist, geh aus meinem Kopf, Alien Mist. Ja, das war so da. Von ihm haben wir dann im zweiten Teil in StarTropics 2, sodass wir die Ransch haben wir ein Wiedersehen. Aber jetzt erst einmal hierhin. So, und ich glaube, wir machen... Was? Da ist er schon. Was? Äh, was? Was? Ich hab doch gar nichts gemacht. Wieso hab ich... Ganz ehrlich, ich habe gerade eben durch den blauen magischen Würfel volles Leben bekommen. Warum habe ich jetzt hier nur drei verdammte Herzen? Mann! Das ist so unfair. Geh mir weg. Wie geht's? Toll. Das ist doch nicht wahr. Es ist doch nicht wahr. Warum habe ich denn jetzt das Safe State genommen, das hätte ich zwar gar nicht machen müssen. Kann ich die... Oh, ja. Okay, also wenn er seine Augen verliert, dann kann ich ihn nicht mehr treffen. Nein. Mist aber auch, wa? Ah, kacke. Da hätte ich ihn gerne mehr getroffen. Ich hab nur noch ein Leben. Ja, 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 ja. Der erste Kampf... ...ist meiner. Oh, er sieht jetzt ein bisschen aus wie Ridley. Ja, Erfolgsmusik. Das ist doch zum Heulen, ah. Los, komm da runter. Die Plattform öffnet sich doch wieder. Hab ich eigentlich ein... Nein, hab ich natürlich nicht. Ab jetzt wird's richtig arschig. Kacke, ich komm da nicht hoch. Das ist jetzt echt kacke. Okay, soll mir jetzt aber egal sein. Nein. Komm, geh durch, geh durch. Ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal. Oh nein. Hier hat der Fang sich so die Zähne ausgebissen. Wir müssen da oben das bekämpfen. Das schaffen wir aber nur... Indem wir hier ste... Indem wir da stehen. Indem wir da... Oh nein. Da hab ich jetzt falsch das Geld gesetzt. Nein. Alter, bin ich überkloppt. So, und wenn das Ding jetzt zugeht, regeneriert sich das Teil wieder. Na... Das war so gut. Das war zu früh. Mann, verschwinde doch hier. Du bist eben so gut gesprungen. Warum? Ja, sehr gut. Danke. Nein. Ganz ehrlich, ohne Safe-Sales. Ich wäre hier... So. 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 Nein. Verzeih dich doch hier, Mensch. Nein, jetzt ist es wieder komplett geheilt. Wie lang? Ich kann hier nämlich wieder ein bisschen... Komme ich da jetzt hin? Na, jetzt komme ich hier wieder hin. Nee, das sehe ich gar nicht ein. Jetzt kann... Nein. Bist du ja... Wenn die zu sind, ist da eine Sperre. Dann kommen wir... Dann müssen wir da rüber springen. Sind sie auf, ist die Sperre weg. Und... Bist du das weg? Nur geh runter! Nein! Was ist stärker? Die Waffe oder die Waffe? Nein! Mist. Nein. Mist. Alter. Geh zu. Geh zu. Das wird ein Kampf hier. Das wird ein Kampf. Es ist doch nicht wahr. Nein. Nein. Da wäre es fast gewesen. Kacke. Weißt du, der kann da auch übrigens drauf stehen, ne? Das ist unglaublich. Ich vergesse immer, dass da jetzt keine Sperre mehr ist. Völlig wieder geil. Ne, da. Warte, ich versuche das mal. Ich weiß nicht, was ist besser? Nein. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Komm, du musst doch irgendwann Ja, verdammt nochmal Yes Einfach weiter drauf Auch wenn, halt, ich wollte da Nee, ich will da oben hin Nein, da geht's gar nicht hin Ja, ja, ist okay Was zum Henker ist das? Was? Was, ich kann einfach hochgehen Warum sagt mir das denn keiner? Oh ja, ich kriege richtig viele Items Scheiße, da wollte ich jetzt eigentlich gerade noch sammeln Wie geht's? Ich brauche dich doch Die verziehen sich auch wieder, das ist ja krass. Nein, nicht reingehen. Ja, komm hoch. Ach, was macht er? Er freut sich. Juppie. Er freut sich nur. Er kommt nicht hoch, er kommt nicht hoch, er kommt nicht hoch. Komm, jetzt eine noch. Ja, nee, das war eine zu viel. Alter, nein. Nein, nicht in mich. Es ist schon scheiße hier. Das habe ich nur noch den Morgenstern. Weiß, hier geht es auch noch weiter. Cool. Du sollst runterkommen. Oh, das waren viele Treffer. Da habe ich geschlafen. Oh, das Herz willig, das Herz willig. Ich bin... Oh, das ist nicht... Oh, das ist doch... Ich bin... ich bin durch den durch kannst du dich mal bitte für eine seite entscheiden oben unten entweder eine zu hoch oder eine zu tief ja das will ich da schon wieder die springen einfach in den tod ja 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 ja